Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben Frau Merkel als Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was hier ist. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewählt. Ich lege es nicht Ihnen vor, ich lege es unseren Bürgern vor. Die entscheiden nämlich, Sie entscheiden gar nicht mehr. Wir müssen uns ja abheben von dem Gespräch gestern zwischen der Kanzlerin und ihrem Stellvertreter, ob sie die Firma vielleicht gemeinsam weiterführen. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Wir sind am Ende der transatlantischen Zivilisation. Europa zerbricht. Deutschland hat nicht mal eine richtige Regierung. Was derzeit in Europa passiert, ist vollkommen wahnsinnig. Eine Nobeladresse im Frankfurter Norden. Hier sitzen die Leute, die Deutschlands Schulden managen. So effizient wie möglich Geld für den Bund beschaffen. Die Aufgabe der Elite-Truppe in der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. In der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH. In der Bundesrepublik Deutschland Finanzagentur GmbH.